In der Gewichtsklasse mit 86 Kilogramm grüß, römischen Stil, presentiert Ihnen die Firma Pels Früchte-Großhandel Aden. Folgende Begegnung, für den Ausfahren Mainz sehen Sie Hannes Wagner, für den KSV Aden starten Alexander Katzekewitsch. Aden Köln! Aden Köln! Aden Köln! Aden! Aden Köln! Angleон! Aden! Aden! Adenköln! Adenköln! Das war's. Was ist das? He's coming! 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 Applaus Die erste Runde endet mit einem unentschieden 0 zu 0. Johannes Wagner im blauen Trikot, er ist amtierter Junior-Europameister, er ist amtierter Driller bei den Junior-Weltmeisterschaften und Deutsche Unionmeister. Alexander Kasajewitsch im roten Trikot, er ist Militär-Weltmeister, erster bei den großen Balls von Deutschland, dritter bei den Olympischen Spielen 2012 und dritter Europameister bei den Ringer Runde 2. Deutschlandstops und 400m Deutschlandstops und Japanstops Deutschlandstops und Japanstops Komm, 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 komm! Alex! Alex! Wir kommen kurz zum nächsten Videobeweis. Ja, die Werbung bleibt bestehen. Und weiter geht's! 's! Alex! Alex! Was ist das, was ist das? Applaus 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 Punkt 10 mit 7 zu 0 Punkten für den Kreis-Fahrer Alexander Kasekic Applaus 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 Applaus